Wie geht Leute? Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. 4.600 FIFA Points Pack Opening. Natürlich habe ich mir EFCV bestellt, deswegen kriege ich auch meine 4.600 FIFA Points. Mein erstes 7,5k Pack. Was bringt es uns? Frankreich, ZTV, Trager und der erste Spieler, den ich ziehe, ist Nia KT mit einer 76. Non-Rare, Dete von Galapjou gezogen, das brauchen wir alles. Ich muss sagen, erstmal alles in dem Verein, gucken wir einfach. Machen wir weiter mit dem zweiten. Bosnien-Stürmer Dzeko. Ja, unser erster 83-Pluser heißt Edin Dzeko. Dahinter noch Musu Feldmann. Kann man direkt abstoßen. Kostet irgendwas. Noch alle gar keine Price-Range, ne? Stoßt die hier einfach ab. Kann man auch abstoßen, das auch. Haben wir schon mal unsere ersten 1.100 Coins. Drittes Pack. Wir brauchen einen guten Spieler, ey. Nochmal Frankreich, nochmal ZTV. Liverpool. Oh, Konaté. Ibrahima Konaté. Der kostet safe am Anfang was. Kostet ihr jetzt schon was? 3K? Ich behalte den. Den hier, den hier. Die hier kann man abstoßen. Konaté war auf jeden Fall ein guter Spieler bis jetzt. Jetzt auch gar nicht, wie man Walkouts oder 83er kennt. Machen wir weiter Argentinien Torwart. Warum sieht das so komisch aus? So wegen Copa. Ich dachte, ich hab Info umgezogen. Natürlich sind die Copa-Spieler wie jetzt ja noch am Start. Haben wir noch Pupenza, Romero, Elvidi. Einfach alle abstoßen. Brauchen die Coins. Machen wir weiter. Noch 4.000 Points auf der EU. 4.000 Coins. Deutschland. Stürmer Kevin Holland. Ja, ich wusste es. Kevin Holland. Das war 79. Hier kann man auf jeden Fall direkt abschossen. Hier auch. Ich glaube, die nächsten Spieler behalte ich. Noch für SBCs, für den Loyalitätsbonus und sonstiges. Konaté war gut, aber ich brauch so einen Banger. Letztes Jahr hab ich Bellingham gezogen. Petri, bis Petri. So leer ist das, ne? Letztes Jahr ganz alt gekommen, wenn man 83er gezogen hat. Heute nur noch mit 79. Der So leer. Kann man auf jeden Fall abstoßen. Den Rest behalten hier. Bellingham gezogen. Der hat mir 30 Coins eingebracht. Gucken wir, ob wir dies Jahr noch so einen Typen ziehen. Frankreichs Torwart. Nantes. Lafond. 78er. Sniper kann behalten. Fest abstoßen. Komm hier, Alter. Gib mal einen Banger. Einen Warcout zumindest, Alter. Einen Warcout. Frankreichs ZM. Ach, Argentinien ZM. War Neger, ne? Nur noch eine 75. Oder hab ich grad falsch? Der hat immer noch eine 79. Krass. Ryerson. Die hier. Kann man wieder abstoßen. Gib mir einen guten Spieler. Brauchen viele Coins am Anfang. R4. Horace. Oria. Ja. Serge, Oria, 79. Dann noch Miguel, Crespo, Genier. Super League Zone. Kenn die Liga nicht mal. Kann sogar einen doppelten direkt abstoßen. Freunde, lasst dir schon mal einen Daumen nach oben und dein Abo da. Kommentiert fleißig für den Algorithmus. Habt ihr euch die AC24 vorbestellt? Werdet ihr Geld in den EFC empfiehlt? Oh, mein erster Info. Mein erster Info. Kerem Aktugoglu. Aktugoglu. Mit einer 81. Direkt schon einen Info gezogen. Und dann Tafrati. Joku, Herrera. Talbson, warten kann man abschliessen. Und 1000 Coins. Was ist das für ein gutes Pack? Wir haben auf jeden Fall mit ihm 10.000 Coins safe. Und 1000 schon so bekommen. 11.000 Coins gemacht. Ersten Info hab ich schon. Und direkt einfach in Gala. Investiert ihr Points in EA? Oder beziehungsweise in FIFA? Oder seid ihr RTG Spiele? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen, Freunde. Ich spiel natürlich. Also ich würd sagen RTG. Natürlich hab ich jetzt hier die Points. Aber ich investiere sonst kein Geld da rein. Ich benutze nur die am Anfang. Und danach spiel ich ganz normal. Wir haben immer noch kein Rockout EA. 11.000 Coins auf der Uhr. Kai Rockout. Italien. ZTV. Lazio. Acerbi. Grazale. Und dann 79. Mavropanos. Der ist auch für Starterteamisch gut. Kriegst du irgendwas? Nein, wahrscheinlich nicht. Wir haben nur noch die Hälfte auf der Uhr. Komm, ihr gib mir einen Kracher, Junge. Schweden. ZDM. Real Madrid. Oh mein Gott. Ich dachte, ich hab glaube ich die Herbst-Icon oder so gezogen. Einfach eine Frau. Ich dachte mir, was du hast. Ey, was hab ich gezogen. Und dann kommt die. Direkt abstoßen. Ey, ich dachte, ich hab die Herbst-Karte gezogen. Boah, wie ich verarscht wurde. Check mich schon Real Madrid, Alter. Chiro. Chiro Immobile. Wie glatt der? 84? 85? Das hat doch gute Werte. 85er Chiro Immobile. Gouyé. Aguilar. Den behalte ich mal auf. Rest stoßen natürlich ab. Jetzt läuft grad, Alter. In Form. Jetzt ein 85er. Noch 2500 Points auf der Uhr. Argentinien. ZDV Koffer ist das, ne? Kann ich dann überspringen. Ey. Verklickt. Einfach Werte. Sehr hervor. Ich wusste das gar nicht. Letzte war ja noch EV. Kann man auch abstoßen. Bis jetzt immer noch keinen Banger gezogen. Der uns auf jeden Fall Dick Coins gibt. Portugal. ZM Bechtas. Getson. Fernandez. Alles über 70. Dahinter Schmitz. Geladino. Die Linie brauchen wir nicht, deswegen abstoßen. Komm, Alter, Iey. Gib uns was Gutes, Iey. Komm, Iey, Junge. Gib uns mal meinen ersten Workout. Ich bin immer noch kein Workout gezogen. Argentinien. RF. Messi. Kappa. Lamela. Bruno. Johnny Zero. Liverpool. Den Ball brauche ich auch nicht. Komm, Junge, Ja. Je, Junge. Ukraine, RM. Tchugankov. Tchugankov. 82. Das weiß ich gar nicht. Warum wollte ich den Manager abschlossen? Das kann ich abschlossen. Das auch. Das auch. Ist das irgendwas? Klickt. Komm, Junge. I need the Workout Stürmer. Wer ist Valencia? Kouraira oder so? Ja, Thierry, Kouraira. Und ein Matcher. Warum wird die nicht eingetakt? Der ist nur 81. Keine Ahnung. Schweden, Kourira, Levante. Aus Palmas. Komm, irgendein Banger. Irgendein Banger. Polen Stürmer. Cash. Maddy. Cash. 80? Hat der? Nein, 79. Keine Spieler, der uns Good Coins gibt. Vielleicht Konate. Aber sonst wieder. MS. Keine. Achso, Malinowski. Ich wusste gar nicht, dass er bei Genua ist. Ich will mir her, welcher Fein ist das? Jetzt wieder das abschlossen. 16.000 Coins und noch fast 10 Packs. 9 Packs noch. Argentinien. RM. Eston Villa. Buendia. Auch nichts wert. Tu so, als ob ich Points hole. Oder ich will doch keine. Aber ich fahre. SCIA. Deutschland. RV. RB Leipzig. Benjamin Ries. Hat doch nicht so gut geklappt, ja. Porsche Cayman auch gezogen. Komm hier, Junge. Gib doch ein Warcourt. Ein einzigen Warcourt will ich nur. Nur ein. Spanien. ZM Petri. Petri, bitte Petri. Junge, den habe ich schon letzte FIFA 100 Mal gezogen, den Junge. Ihn und seinem Bruder. Das hilft seinem Bruder. Eines ist er. Ihn und seinem Bruder habe ich letzte FIFA 100 Mal gezogen. So, lass mich schon. Fangen Sie sich FIFA gar nicht an. Komm. Spanier. RV. Levante. Skip. Javi gezogen. Kann man abstoßen. Husker. Kann man auch abstoßen. Komm, ohne reden. Ohne reden. Portugal. Gibst du mal. Zetum oder Bruno Fernandes. Oder auch nicht. Oder. Oder. Oder auch nicht. Riccardo Orta. Komm. Komm. Bittier. Ja. Frankreich. Immer gut. Torwart. Nicht so gut. La Forme. Schon wieder. Ist da drin. Torwart. Du. Die 7. Fünfer. Na die Gang. Gar nicht. Hier wird sie. Die letzten 5. Oder 4. Brasilien. ZM. Wer hätte was. Jungen, was soll ich mit Arau? Oder Fred? Ich dachte, ich hab den ersten Spieler gezogen. Simakar. Auch nicht schlecht. Leco. Warum nicht? Bitte. Bitte. Deutschland. RF. Wieder Henrys. Oder Günther. Oder keine Ahnung. Günther, ne? Karl. Stark. Ach ja, Günther ist ja Linksverteidiger. Letztes Pick. Yay. Letztes Pick. Komm. Es ist das Letzte. England. LM. Essen will er. Ramsey. Unsere gesamte Ausbeute. Natürlich hab ich nicht alle Spiele abgeschlossen, aber wir haben 22k. Ich glaub, wenn man alle Spiele auch einfach so abschließt, hat man 40k. Das war's mit dem Video, Freunde. Lasst gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Kommentiert fleißig für den Algorithmus. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Und ciao.